Es gibt im Moment ne Menge News zu Baldur's Gate 3. Die größte und leider auch traurigste Nachricht ist, dass wir definitiv keinen DLC erhalten werden. Dazu habe ich ja schon ein eigenes Video gemacht, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr das in der Gänze noch mal besprochen haben wollt. Aber die Info kommt von der GDC, der Games Developers Conference, wo Sven Finke einen Talk, einen Vortrag gehalten hat. Neben der Absage für eine Expansion hat er auch bestätigt, dass es kein Baldur's Gate 4 von Narin geben wird. Und das Letztere ist etwas, was ich eh nicht so wirklich erwartet habe. Es war schon klar, dass sie wieder zu ihren eigenen Spielen zurückkehren, hat er auch in anderen Interviews schon gesagt. Aber ich hatte schon gehofft, dass sie den DLC machen. In Interviews gab es immer wieder Andeutungen, dass sie mit dem Gedanken spielen, dass sie intern Diskussionen darüber führen. Und in den letzten Patches vor allem gab es auch einige richtig harte Teaser, die auch auf den DLC hindeuteten. In einem Interview mit IGN hat Sven Finke jetzt auch noch bestätigt, dass sie wirklich schon die Arbeiten gestartet hatten. Im Interview sagte er, wegen des großen Erfolges wäre es naheliegend gewesen, einen DLC zu machen. Also haben wir damit begonnen. Wir haben sogar schon über BG4 nachgedacht, aber wir hatten BG3 noch nicht wirklich abgeschlossen. Und es fühlte sich falsch an, einfach mit etwas Neuem zu beginnen. Außerdem hatten wir viel Zeit damit verbracht, das System in ein Videospiel zu verwandeln. Und wir wollten etwas Neues machen. Es gibt viele Einschränkungen bei der Entwicklung von D&D. Und die fünfte Edition ist kein einfaches System für ein Videospiel. Wir hatten all diese Ideen für neue Kämpfe, die wir ausprobieren wollten. Und sie waren einfach nicht kompatibel. In anderen Interviews hatte Sven schon davon gesprochen, dass es ziemlich kompliziert ist, die Kämpfe nach Level 12 ins Spiel zu bringen, weil die Fähigkeiten dann so stark und verrückt werden, dass sich es im Spiel kaum sinnvoll umsetzen lässt. Man merkt, sie haben sich da viele Gedanken gemacht. Aber am Ende war das nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass sie einfach nicht mit dem Herzen beim DLC dabei waren. Den Anfang der Entwicklung beschreibt Sven nämlich so. Man konnte sehen, dass das Team es tat, weil jeder das Gefühl hatte, dass wir es tun mussten. Aber es kam nicht wirklich von Herzen. Und wir sind ein Studio, das von Herzen kommt. Das hat uns manchmal wirklich Probleme gemacht, aber es ist auch der Grund für unseren Erfolg. Und dieser Eindruck hat Sven dann doch zu denken gegeben. Über die Weihnachtsferien hat er sich das alles mal richtig sacken lassen, hat darüber nachgedacht. Und als er im neuen Jahr zurückkam, hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat sich vor das Team gestellt und gesagt, wisst ihr was? Wir machen es einfach nicht. Wir werden uns neu orientieren und diese anderen Dinge tun, über die wir gesprochen haben, die wir damals geplant hatten, bevor wir überhaupt mit Baldur's Gate 3 angefangen haben. Das waren immer diese Pläne für die Zeit danach. Wir haben zwei Spiele, die wir machen wollen und wir haben viele großartige Konzepte. Also lasst uns Baldur's Gate 3 einfach abschließen. Es war toll. Wir haben unsere Arbeit getan. Es ist eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Und jetzt lasst uns den Staffelstab und ein anderes Studio weiterreichen, das dieses unglaubliche Erbe weiterführen kann. Von der Reaktion des Teams war er dann ziemlich überrascht. Ich dachte, sie würden wütend auf mich sein, weil ich die Energie nicht aufbringen konnte. Aber ich habe so viele begeisterte Gesichter gesehen, was ich nicht erwartet hatte. Und ich konnte sehen, dass sie die gleichen Gefühle hatten wie ich. Also waren wir auf einer Linie. Und so viele von den Entwicklern sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, Gott sei Dank. Ich bin immer derjenige, der mit der ersten Idee anfängt und sie dann an das Team weitergibt. Das sie dann überarbeitet und in etwas viel Besseres verwandelt. Während Baldur's Gate 3 habe ich ihnen vorgeschlagen, wie das nächste Spiel aussehen könnte. Wenn ich sehe, dass sie begeistert sind, sage ich, okay, lass uns das machen. Wenn sie nicht begeistert sind, geht es eben zurück ans Reißbrett. Sie waren also sehr begeistert von den Ideen und von einigen Dingen, die wir vorhatten. Und der Schwenk zum Baldur's Gate 3 DLC war zu erwarten, weil es nun mal das ist, was man so tut. Wir hatten jetzt keine Abneigung gegen Baldur's Gate 4 oder den DLC. Aber es ist nicht das, wo unser Herz war. Das war mehr Routinearbeit, als dass wir wirklich begeistert waren. Und jetzt ist die Begeisterung wieder da. Und das ist eine wirklich wichtige Sache für uns. Diese Aussagen sind für mich auf zweierlei Arten etwas überraschend. Weil erstens hatte ich nicht damit gerechnet, dass sie schon richtig am DLC angefangen haben. Ich dachte, sie machen so viel an den Patches, dass sie es nach hinten schieben, auch wenn sie da mit der Idee spielen. Und zweitens hätte ich auch nicht gedacht, dass die Stimmung im Studio so ist, dass sie da nicht wirklich Lust drauf haben. Ich hätte gedacht, dass sie da mit der Welt, dass sie die so sehr mögen und die Charaktere, dass sie da Lust haben, vielleicht noch zusätzliche Geschichten zu erzählen. Aber man muss auch sagen, sie haben da über sechs Jahre an dem Spiel gearbeitet. Wahrscheinlich haben sie damit auch irgendwann abgeschlossen. Haben jetzt Lust auf was Neues und das kann ich auch gut verstehen. Und er hat absolut recht. Ja, die Geschichte ist super abgeschlossen. Man hat wirklich eine Geschichte mit dem Anfang, dem Mitte und dem Ende. Es gibt immer noch irgendwelche Sachen, die man jetzt erweitern könnte. Und das werden wir auch gleich noch sehen, weil es gibt noch Sachen, die zu Baldur's Gate 3 kommen werden. Das ist nicht komplett Schluss, weil wie Marien jetzt ein DLC klassifiziert und auch nicht. Und was sie zusätzlich einfach als normale Patches einordnen, sieht man ja schon in der Vergangenheit. Das hätten andere auch als DLC verkauft. Deswegen, wir können schon noch ein bisschen was erwarten, aber eben nicht so eine richtig große Expansion, kein Add-on. Und gerade wenn ich an die Patches nochmal denke, da sieht man ja eben, also die Begeisterung für die Welt und für die Charaktere ist ja da. Was sie noch an Epilog gemacht haben. Was sie noch, die neuen Enden für Kalach, die sie erweitert haben. Andere Szenen, die dazu kamen. Mittendrin ja einfach immer die Videosequenzen überarbeitet. Jetzt können wir noch neue Enden für die bösen Wege erwarten. Da sage ich gleich noch was dazu. Minfara wurde überarbeitet. Und, und, und. Aber sie haben anscheinend nicht, was sie selber wahrscheinlich mit ihren eigenen Ansprüchen als DLC oder Add-on halt einstufen würden, wäre wahrscheinlich was, was mindestens im Bereich 20, 30, vielleicht 40 Stunden, sowas wie man jetzt auch bei Elden Ring sieht mit Shadow of the Earth Tree, was auch nochmal ein großer DLC wird. Ich glaube, in dem Bereich hätte sich das abgespielt. Und dafür hatten sie ja anscheinend einfach nicht die Energie und nicht die Begeisterung. Und dann ist das auch okay. Die Spiele von Larian sind so gut, weil sie mit Herzen dabei sind, weil sie die Leidenschaft dafür haben. Und wenn sie das jetzt eher wieder für was anders aufbringen, ist das auch schön. Auch wenn es natürlich immer schade ist. Ich hätte gern noch mehr Sachen gesehen. Aber ich freue mich auch auf das nächste Projekt. Die Zukunft der Serie, Baldur's Gate 4, aber auch die Charaktere aus Baldur's Gate 3, eben Karlach, Astarion, Blaiselle und so weiter, das liegt jetzt in den Händen von Wizard of the Coast. Und das habe ich in meinem Video schon gesagt, die haben keinen guten Ruf aktuell. Die haben das super runtergewirtschaftet. Wer sich in dem Bereich nicht so auskennt, so Sammelkartenspiele und Tabletops und so, die sind ungefähr da so beliebt aktuell, wie es Activision Blizzard und Bobby Kotick bei Videospielern ist. Also da ist einiges im Argen. Und deswegen ist das Vertrauen auch nicht so hoch, wie das wohl da weitergehen wird. Hoffen wir mal das Beste, dass wir keinen Scheiß machen, dass Baldur's Gate 4, denke ich, wird kommen. Jetzt nicht super schnell, sondern aber ich denke, dass sie die Serie weiterführen werden. Und ob sie eine ganz neue Geschichte erzählen oder die Charaktere aus Baldur's Gate 3 irgendwie mit implementieren, wird sich dann zeigen. Aber sucht euch wenigstens einen guten Entwickler. Und die Probleme bei Hasbro und Wizards of the Coast, die eben Rechte an D&D und Baldur's Gate haben, sind auf ganz vielen Ebenen. Und die Ebene, die unter anderem zuletzt ein Thema war, waren die Entlassungen. Und das hatte ich ja auch in einem anderen Video thematisiert. Das war ja auch diese Wutrede, wie ich es genannt habe, von Sven Winke auf der GDC, als er den Preis bekommen hat für Baldur's Gate 3. Und wenn jemand so Worte benutzt, wie die ganze Zeit fucking und das kotzt mich an, ist das schon eine Wutrede, meiner Meinung nach. Auch wenn das natürlich jetzt der Sven auf der Bühne nicht komplett ausrastet. Aber der ist schon sehr, sehr, sehr deutlich kritisiert. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen da das Gefühl gehabt, dass einer der Beweggründe, warum sie nicht weiter an Baldur's Gate 3, an dem DLC arbeiten wollen und auch nicht an Baldur's Gate 4 für Hasbro und für Wizards of the Coast, ist, dass die Firma eben viele falsche Entscheidungen trifft. Unter anderem in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Sven hatte ja schon im anderen Interview mal gesagt, dass von den Leuten, mit denen er persönlich zusammengearbeitet hat und mit denen er damals diese Reise begonnen hat vor sechs Jahren, als sie das gepitcht haben und die Erlaubnis von Hasbro bekommen haben, ein Spiel zu D&D, ein Baldur's Gate 3 zu machen, dass von diesen Leuten keiner mehr da ist. Also so gut wie keine. Dass die alle entlassen wurden, gerade mit der letzten Entlassungswerte auch. Und dass er das natürlich scheiße fand, dass er das in dieser Rede, guckt euch das Video nochmal an, wenn ihr wollt, ein bisschen angesprochenes allgemein Problem in der Industrie ist. Und er hat nicht eben spezifisch Wizards of the Coast in dieser Rede thematisiert, aber das vorher gemacht. Und diese Geschäftspraktiken, die er kritisiert hat, sind auch genau die, die da stattfinden. Aber scheint eben der Hauptgrund eher zu sein, dass sie nicht die Leidenschaft dafür hatten. Ich denke, das andere spielt auch eine Rolle, aber das war anscheinend nicht so wichtig, wie ich gedacht habe. Diese Aussage hat Sven auch nochmal in einem Tweet betont. Er hat gesagt, dass er die Reddit-Threads liest und er möchte etwas aufklären. Und er sagt, Wizards of the Coast ist nicht die Schuld daran, dass sie sich jetzt in eine andere Richtung entwickeln. Er sagt sogar ganz im Gegenteil, sie haben ihr Bestes gegeben und sie haben, sie waren ein großer, großartiger Lizenzgeber. Ja, und sie haben ihnen erlaubt zu tun, was sie wollen. Und sie machen das, weil es das richtige für Larian ist. Und ich glaube, da steckt ein bisschen Diplomatie drin, weil er erwähnt natürlich, dass sie ein großer Lizenzgeber waren. Und das ist auch richtig, das habe ich immer wieder erwähnt. Sie haben ihnen so viele Freiheiten gegeben. Und also für Byrosgate 3 war Wizards of the Coast ein super Partner. Und ich glaube, dass da viele gute Gefühle mit hinterstecken. Aber ich glaube auch, dass zum gewissen Grad die Zukunft der Entwicklung auch mit diesen Kündigungen und dem Greed der Gier bei Wizards of the Coast zu tun haben, durchaus. Aber Sven ist natürlich auch kein Vollidiot. Also er kann da nicht voll vom Leder ziehen jetzt über einen direkten Geschäftspartner, mit dem sie auch lange gut zusammengearbeitet haben. Und das ist, wie gesagt, auch nicht mehr der Hauptgrund. Und dass ich mit dieser Interpretation nicht ganz alleine stehe und auch stand, sieht man zum Beispiel, hier ist ein Zitat von Josh Sawyer, ein Spieleentwickler, der für viele große Rollenspiele bekannt ist, unter anderem Fallout New Vegas, die alten D&D-Spiele, sowas wie Icewind Dale 1 und 2, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, die Pillars of Eternity, die neuen Games, das Pentiment, ein Spiel, was ganz weit oben auf meiner Wunschliste steht. Das muss ich demnächst nochmal spielen. Also er hat viele tolle Spiele gemacht und er hat auch gesagt, ich würde auch nicht nochmal mit Hasbro arbeiten. Also haben auch andere Leute schlechte Erfahrungen gemacht. Aber genug mit den schlechten Nachrichten. Kommen wir zu den guten Dingen. Da gibt es nämlich auch ein paar News bei Wildersgate 3. Aber vorher möchte ich noch kurz über Holy sprechen. Mit denen habe ich eine Kooperation hier auf Martin spielt. Die machen Energydrinks, die machen Hydrationdrinks und Eistees und ich trinke das ganz gern und bin auch wirklich glücklich mit denen als Partner, weil das einfach gut läuft, weil das bei euch gut ankommt. Und man sieht die zwar relativ viel auf YouTube im Moment, weil sie da recht erfolgreich sind. Aber nichtsdestotrotz ist es aber noch eine relativ kleine und sympathische Firma aus Berlin. Und das macht mir Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Falls ihr die Drinks von denen mal ausprobieren wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link. Da kommt ihr auf die Webseite. Da könnt ihr euch das alles mal angucken. Zum Beispiel so ein Starterpack würde ich empfehlen, wenn ihr noch ganz neu seid. Da kriegt ihr so ein Shaker und eine ganz gute Auswahl an verschiedenen Sorten. Und auf der Webseite könnt ihr auch mal gucken, wie die Leute die verschiedenen Sachen bewerten, die verschiedenen Sorten, weil es gibt echt viele Sorten. Es gibt so ganz normale Sachen in Anführungszeichen, sowas wie Apfel und Birne und Pfirsichmaracuja, was man von vielen anderen Sachen kennt, aber auch sehr abgefahrene. Den Link unten in der Beschreibung benutzt, bekomme ich eine kleine Provision. Und wenn ihr noch ein bisschen was sparen wollt beim Kauf, könnt ihr meinen Code Martin5 oder Martin10 benutzen und bekommt damit noch ein bisschen Rabatt an der Kasse. Guckt euch das mal an. Vielleicht ist da was für euch dabei. Aber zurück zu Baldur's Gate 3. Da gibt es jetzt zwar eben keine Addons, keine DLCs in dem Sinne, aber es gibt auch eine Menge Zeug, wie Sven das selber nennt, was noch kommen wird. Ganz oben steht Mod Support. Und Mod Support wird wirklich spannend. Erstmal wollen sie halt so ein offizielles Tool rausbringen. Und das wird dann auch ein bisschen einfacher, die Mods immer auf dem Laufenden zu halten, als es jetzt ist, wo es dann doch immer so öfter Probleme gibt, gerade mit den Patches. Und wenn es da so ein offizielles Framework gibt, ist das alles ein bisschen stabiler. Und vor allem kommen Mods auch für die Konsolen, für die Playstation und für die Xbox. Und da wollen sie auch ein System erschaffen, wo man viele Mods, die es jetzt schon für den PC gibt, ebenfalls auf den Konsolen benutzen kann. Dazu mache ich nochmal ein eigenes Video, weil es ist ein spannendes Thema und auch ein bisschen komplexeres. Aber darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Zusätzlich gibt es noch extra Cinematics, wie er schreibt, also weitere Videosequenzen für einige Enden und mehr. Eben nicht neuen Content, sagt er. Obwohl viele von den Sachen würde ich selber auch schon als Content zählen. Wenn man an die letzten Patches 5 und 6 und 4 zurückdenkt, was da alles neu war. Vor allem, wenn er in einem anderen Interview mit IGN auch nochmal bestätigt hat, dass sie vor allem an den bösen Enden gerade arbeiten. Ja, dass sie sich angeguckt haben, was ist das Feedback seit dem Launch? Was wollen die Leute besonders? Was stört sie vielleicht? Und da gab es schon die Kritik, dass der böse Weg und die bösen Geschichten nicht ganz so befriedigend und umfangreich sind wie die Guten, in Anführungszeichen. Und das ist im gewissen Grad okay. Muss ja nicht eins zu eins sein und können auch einfach mal negative Konsequenzen für bestimmte Handlungen auftreten. Aber es ist schon auch richtig, die Kritik, dass das einfach teilweise nicht so ausgearbeitet ist. Man will nicht unbedingt ein Happy End als böser Spieler haben. Man braucht nicht die gleiche Anzahl an Stunden. Man sitzt da nicht mit dem Notizzettel und hakt das genau ab. Aber es fühlte sich manchmal schon so, als wäre manche Sachen nicht konsequent zu Ende gedacht, als müsste es dann noch andere Konsequenzen geben und Sachen ein bisschen mehr ausgearbeitet sein. Das haben sie auch erkannt und deswegen arbeiten sie eben spezifisch auch an den Enden und ich denke auch an ein paar anderen Sachen. Sie machen oft so Flow und Writing, die dann damit zusammenhängen. Und man kann da anscheinend einiges erwarten. Er hat gesagt, er hat schon einige von denen gesehen von den Enden und er sagt, they are really evil. Also sie sind wirklich böse und die bösen Spieler werden damit zufrieden sein. Also da bin ich schon ein bisschen gespannt, weil ich habe mir meinen bösen Run auch noch ein bisschen aufgehoben. Ich hatte ja schon mal angefangen ganz am Anfang und da habe ich gemerkt, das ist aber nicht ganz das, was ich natürlicherweise machen würde. Ich tendiere, wenn ich Rollenspiele spiele, so ein bisschen neutral gut, so in die Richtung. Chaotisch gut, neutral gut, wenn man das jetzt in dem alten D&D-System einsortieren möchte. Und das wirklich böse Spielen fällt mir ein bisschen schwer. In meinem zweiten Run habe ich jetzt ein Dark Urge und dann finde ich es ganz interessant, damit zu spielen, wenn es ab und zu eben das dunkle Verlangen, die es Dark Urge gibt. Wie man damit umgeht, gibt man dem manchmal nach, kämpft man dagegen, was ergeben sich daraus für Konsequenzen. Aber jetzt auch nicht da ein klassisch böser Charakter. Und das will ich in meinem dritten Run aber machen. So einen richtig bösen Charakter, der aus bestimmten Gründen halt da so einen Weg einschlägt. Und das ist natürlich cool, dass ich dann, wenn ich das irgendwann machen werde, das wird noch eine Weile dauern, aber dann habe ich diese bösen Enden und die ganzen Sachen, die Larian hinzufügen möchte, schon dabei. Während wenn ich das jetzt vor einem halben Jahr, vor ein paar Monaten gemacht hätte, hätte mir das noch gefehlt. Aber auch wenn sie an solchen Sachen arbeiten, müssen wir uns irgendwann jetzt mal dran gewöhnen, dass die Patches kleiner werden, dass das ein bisschen abeppt, dass da nicht mehr so viel kommt. Er sagt das auch, er nennt das Scale Down, also ein bisschen runterfahren, denke ich mal, ist ein gutes Wort. Sie werden halt immer noch Support machen, sie werden Bugs entfernen, aber er möchte eigentlich und das Team selber möchte an neuen Sachen arbeiten, wie wir ja vorhin schon gehört haben. Und das will ich irgendwann ja auch. Ja, ich will nicht, also klar ist es irgendwie schön, diese großen Patches für Baldur's Gate 3 zu bekommen und das mit den bösen Enden klingt nochmal ganz toll. Aber auch da irgendwann ist es mir lieber, sie arbeiten an einem neuen Spiel, dass ich da was ganz Neues sehen kann. Ich will nicht noch in zehn Jahren einen Patch für Baldur's Gate 3 sehen, dann will ich ein neues Game spielen. Also nicht nur erst in zehn, sondern in fünf Jahren. So, Sven, an die Arbeit. Ich will in fünf Jahren ein neues Spiel haben. Noch mal ganz kurz zurück zu den Mod-Tools. Wie gesagt, ich mache mal ein eigenes Video dazu, aber man braucht jetzt auch nicht so was Großes erwarten, wie es damals bei Divinity Original Sen 2 war. Da gab es ganz schön umfangreiche Mod-Tools, wo man so richtig eigene Kampagnen und Level und Geschichten, ja, so richtig wie eben in einem Rollenspiel, in einem Pen and Paper oder Tabletop-Rollenspiel, wo einer der Game Master war und so eine Kampagne entwerfen konnte. Und dann sogar noch im Spiel live sozusagen in die verschiedenen Charaktere springen konnte, was schreiben, die Geschichte erzählen. Es war schon ziemlich cool, aber es war auch einigermaßen buggy. Es hat nicht so gut funktioniert. Es gab Crashes, es gab Inkonsistenzen. Es war nicht einfach zu bedienen. Und das ist auch der Grund, warum sie sich entschieden haben, das Barbados Gate 3 nicht mehr umzusetzen. Er sagt auch selber, also Sven sagt, sie sind keine Tools-Company, also keine Firma, die diese Tools gut herstellen kann. Sie haben die für den eigenen Gebrauch und die sind relativ kompliziert. Und deswegen kann man die auch nicht einfach so veröffentlichen. Sie versuchen das ein bisschen, die etwas anzupassen, schauen, welche sind am wichtigsten. Und wie können sie da so die Prozesse streamlinen, dass es eben auch für Amateure, in Anführungszeichen, gut zu bedienen ist, aber sie werden jetzt nicht komplett neue Tools anbieten und erarbeiten, um das möglich zu machen. Und es wurde tatsächlich auch bei Divinity Origins 2 nicht so massiv genutzt, diese Tools. Es gab schon Kampagnen und eigene Geschichten, aber nicht in dem großen Ausmaß, wie sie sich das vielleicht erhofft hatten oder wie es jetzt auch dann den gleichen Aufwand für den Baldur's Gate 3 rechtfertigen würde. Aber auch ohne so super umfassende Mod-Tools können wir weiterhin Tolles erwarten. Es gibt jetzt schon klasse Mods und das wird nicht weniger werden, vor allem da sich Baldur's Gate 3 weiterhin unglaublich gut verkauft. Und da habe ich einen kleinen Infoschnipsel-Interview mit Gamespot gefunden. Da hat Larian und Sven Winker an der Stelle keine Zahlen genannt, aber sie haben gesagt, dass sich das ungefähr doppelt so gut verkauft hat wie Divinity Origins 2. Und da müssen wir mal kurz in der Zeit zurückgehen, weil die letzten offiziellen Zahlen von Divinity Origins 2 sind von 2019, also bald fünf Jahre alt. Und damals hat es sich ungefähr 7,5 Millionen Mal verkauft. Man kann sehr davon ausgehen, dass erst mal, weil das Spiel so einen guten Ruf hat, sich in der Zeit weiter verkauft hat. Das ist das Erste. Und gerade vor dem Release von Baldur's Gate 3 sind so viele, oder auch nach dem Release noch, sind so viele auf Larian aufmerksam geworden, die das vorher gar nicht auf dem Zettel hatten. Ich habe das auch bei meinen Let's Play gesehen, sind auch hier auf YouTube, wie da die Abrufzahlen nochmal nach oben gegangen sind. Aber auch die Verkäufe werden das sein. Also man kann da wahrscheinlich eher mit 8, 9 oder vielleicht sogar 10 Millionen Verkäufen rechnen. Mal rechnen wir mal konservativ mit diesen 7,5 bis 8 Millionen, die 2019 bekannt waren. Dann hat sich Baldur's Gate 3 jetzt um die 16 Millionen Mal schon mindestens verkauft. Das ist eine sensationelle Zahl, die wird weiterhin ansteigen. Ich rechne auch eher wirklich, dass wir vielleicht uns beim Bereich 20 Millionen bewegen, wenn man halt nicht diese Minimalzahl nimmt. Und das wird weiter zunehmen. Es gibt noch ein paar große Patches, es wird eine Definitive Edition bestimmt geben und dann wird das über Jahre hinweg laufen. Also das wird eines der absoluten Rollenspiel-Highlights nicht nur inhaltlich bleiben, sondern auch von den Verkäufen. Und das ist halt toll. Und das wird auch Larian so viel Ressourcen und Möglichkeiten für die nächsten Spiele geben, dass ich mich da einfach freue. Ich freue mich auf das nächste Projekt und bin da sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, ihr hättet auch Spaß mit diesem Video und freut euch und seid gespannt auf das nächste. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann. Bis dann.